Meine Damen und Herren, wandern wir zusammen mit den alten und neuen Kollegen der CSB hoch auf den Schuldenberg der DG, der sich im Treiben des Schneegestöbers der Vivant-Fraktion in eine düstere Stimmung eintaucht und versuchen wir dann, den Weg bergab zurück zur Realität zu finden und dies dank der umnebelten Glaskugel der ECU-Fraktion. So oder in etwa könnte die Zusammenfassung der letzten Tage aus den Reden der Opposition lauten.